Ich heiße Otto Bauer und studiere Chemie an der TU in Klausthal. Die TU Klausthal ist eine kleine Uni, aber an den kleinen Unis gibt es einen großen Vorteil, dass die Betreuung besser ist für den einzelnen Studenten als an großen Unis. Das beginnt schon in der Orientierungsphase für die Erstsemester. Da werden die Neuankömmlinge an der Uni von erfahrenen Studenten an die Hand genommen und bekommen alles gezeigt. Von der Universitätsbibliothek über die lebendigen Lernorte. Man macht eine gemeinsame Anmeldung am Rechenzentrum, um die auf dem Campus verteilten PC-Pools nutzen zu können. Oder auch einfach nur, um Ihnen zu zeigen, wo man abends richtig schön feiern gehen kann. In Klausthal gibt es über 14 verschiedene Studentenverbindungen, die nicht nur während der Orientierungsphase auch viel für den einzelnen Studenten im Laufe des Semesters bieten und dadurch ist eigentlich auch immer etwas los. Der Zugang zu Professoren gestaltet sich in Klausthal recht einfach. Meist sind die Bürotüren sowieso jederzeit offen und wenn nicht, dann kann man auch kurzfristig einen Termin absprechen. Da Klausthal mitten in der schönen grünen Natur im Harz liegt, gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, Sport zu treiben. Snowboarden im Winter, Mountainbiken, Golfen oder Segeln über das TU-eigene Bootshaus im Sommer. Bei über 70 verschiedenen Sportarten sollte für jeden etwas Interessantes dabei sein. In Klausthal ist es auch wichtig, viele Kontakte zu verschiedenen Studenten zu knüpfen. Nicht nur, um einfach Lerngruppen bilden zu können, sondern auch für eine Planung von Freizeitaktivitäten. Hier ist es auch relativ einfach, Kontakte zu Vertretern aus Forschung oder Industrie zu bekommen, da viele Ehemalige immer wieder gern zurück zu Veranstaltungen an die Uni kommen. So konnte ich persönlich ein auf mich direkt zugeschnittenes Praktikum in der Kalkbranche absolvieren. Ich fand diese Arbeit sehr spannend und interessant. Deswegen habe ich dann auch meine Abschlussarbeit in einem Kalkwerk angefertigt und nur die weiterführenden Analysen hier an der Uni durchgeführt. Alles in allem bin ich der festen Überzeugung, dass man mit einem Studium in Klausthal sich perfekt für das spätere Berufsleben vorbereiten kann.